Das ist doch nur hier vor, oder? Da findet er komisch, da lacht er. Na, aber jetzt reicht's mir, jetzt ist es genug, jetzt werde ich den mal aufsatteln hier. Willst du einen Sattel haben? Da schreie ich nicht so laut. Da muss ich erstmal hier meinen Super-Security-Hut aufsetzen. Und der kriegt eine Satteldecke hier. So, und dann hole ich mal den schicken Wattel. Du, das habe ich gesehen, ja. Und du hörst jetzt auf, ne? Mann! Also, ich verstehe das nicht, das macht er sonst nie. Bist du fertig? Nee, ehrlich. Guck mal, die lachen schon alle über uns, du. Jetzt reicht's. Nee, der hat doch ein Problem mit. Gib her, was ist denn? Ja, der Mann, du willst die Decke nicht. Keine Decke. Ja, ich hab's ja vollstanden. So, dann nehmen wir nur den Sattel und du bleibst stehen da. So. Ich mach mich anstrengend. Komm mal. Du wirst nu so springen, ne? Nee, okay. Ähm... Keine Decke, kein Sattel. Dann werde ich einfach mal, so wie die Franzosen jetzt, da so im Schwung hier rauf. Er ist aber hoch. Nicke weg, ich will nicht. So, jetzt reicht's mir. Du gehst nach Hause, ich spiel nicht mehr mit dir. Nicke, ich will nicht, wer ich hier hau ab jetzt. Stopp! So? Nee, das geht nicht. Der will nicht arbeiten. Was soll ich machen? Wir werden schlafen gehen, ja? Pass auf, da gehst du hier ins Bett. Das ist groß genug, da haben wir alle beide drauf Platz, denke ich mal, wenn ich mich ganz klein mache. So. Okay. So was. Du machst aber auch nur Ärger hier. So, komm, ein Stück zurück. Wir müssen jetzt hier mal so rückwärts reinparken, ne? So. Nochmal. Anna, ihr, ihr musst schon ganz ran nachgehen, ne? So. Komm. Immer hier rüber. So, und jetzt machst du einfach so hopp. Und dann, komm auf meinen Schoß. Ah! So! Na, gut geht's? Hallo. Was? Du bist müd? Ja. Er sagt, er ist müd. Nee, du glauben wir nicht, das wollen wir sehen. Aha. Na, ein nochmal. Das war so schön mit Augen zu. Na ja, okay. Okay. Leute, du komm. Hier, guck mal, du hast so viel Platz hier heute. Komm. Komm her, du. Leg dich hin. Ich nehm meinen schönen Hut mal weg hier, sonst ist er platt. Na? Soll ich dir helfen, oder was? Ja, du pass auf, ich bin auch noch da. Oh, ich brauche mich nicht. Ja. Ja. Ich hab keinen Platz hier. Du kannst du mal deinen Kopf hoch. Jetzt kann ich so einfach mit einem Pferd im Bett, ne? Okay. Der braucht einen Deckel. Ja, das ist so eine richtige Frostbeule. Ihr kommt aus Dänemark. Das war ein halter Wurm, ne? So, Wikinger, ne? So, ah nee, die kommen ja aus Norwegen. So. Okay. Das reicht. Ja. Wieder aufgemacht. So, Schatzli. Und nach hast du Zähne geputzt? So. Sehr gut. Der liegt echt gut hier. Vielen Dank. So eine schöne Marke. Ich geh nach Hause. Hallo, 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 hallo. Morgen wieder. Du musst Scout mitnehmen. Muss ich? Dann kann man nicht bleiben, weil es kommen noch andere Artisten. Na, ist doch groß genug hier. Nee, den Platz brauchen wir noch. Tut mir leid. Ach, du, hast du gehört. Du musst aufstehen. Hallo. Scout. Und? Ey, du kommst bloß. Scout. Na, ich diskutiere hier nicht. Du kommst jetzt mit. Nee, das geht gar nicht. Aber ich hab da noch so eine Lösung. Ich hab da einen Wecker mit vier Beinen. Troll. Troll. Äh, ja, hallo. Ja, hallo. Bringst du den Wecker? Ach, kannst du Bergsteigen. Ja, ne? Wunderbar. Willst du eine Möhre? Ja, na, geh schnell. Allee. Rauch. So, Pferd. Komm. Du hör auf zu treten hier. Auf, auf. Na, bravo. So. Applaus 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 Das ist Nordifetz für Rosi Hochenkel. Rosi Hochenkel.